Viktoria und David Beckham sind totale Familienmenschen. Wie gut sie sich mit Viktorias Eltern verstehen, zeigten sie nun bei Instagram. Viktoria, 48, und David Beckham, 47, genießen ihre Zeit mit der Familie. Bei Instagram teilte die Unternehmerin ein Foto, auf dem das Ehepaar gemeinsam mit Viktorias Eltern posiert. Besonderes Mittagessen mit meinen großartigen Eltern. Ich liebe euch beide so sehr. Familienzeit macht mich wirklich glücklich, schreibt die 48-Jährige dazu. Das Foto zeigt sie eng angeschmiegt an ihren Vater Anthony Adams, während David Beckham mit ihrer Mutter Jackie Adams posiert. Unter dem Beitrag posten zahlreiche Fans Herz-Emojis oder hinterlassen liebevolle Kommentare. Ich stimme zu. Familie ist einfach alles, schreibt eine Followerin. Ihr seht alle wunderbar aus, stellt eine andere währenddessen fest. Ich liebe das. Familie bedeutet wirklich Liebe, kommentiert ein weiterer Fan. David Beckham feiert seine Mutter im Netz Dass die Beckhams gerne von ihrer Familie schwärmen, ist keine Neuheit. Erst vor wenigen Tagen gratulierte David Beckham seiner Mutter Sandra, 73, via Instagram zum Geburtstag. Der ehemalige Profisportler teilte süße Fotos aus seiner Kindheit und einen aktuellen Schnappschuss seiner Mutter. Alles Gute zum Geburtstag für die großartigste Mom, schrieb der 47-Jährige dazu.